Narend Juch, Best Play im heutigen Match gegen Fraunfeld. Wie hast du das Spiel überlebt? Wir haben gewusst, dass wir vor dem Match gewusst, dass wir Fraunfeld nicht schätzen dürfen. Es sind kölnlich sehr adressiv in die Zukunft kommen. Das haben wir im 1. Dritten sehr gut gemacht und auch schnell laufen. Wir sind dementsprechend auch zur Neuführung gegangen. Unser Fehler war, dass wir uns in die Zukunft von Fraunfeld eingelassen haben, die in unser Spiel gemacht haben. Das war dann das Ende des 1. Dritten und das ganze 2. Dritten weniger gut von uns. Im letzten Dritten haben wir den Ball schneller laufen und in der Match verdient auf unserer Seite. Gut, 10 gute Analysen zu diesem Spiel. Schnell 2 Euro in Führung. Wann konnte man dort nicht weiterfahren? Ja, 2 Euro haben wir sicher noch 2 gute Chancen gehabt, aber eigentlich das 3-4-0 eigentlich kam. Und dann bekommen wir einen Konter, den sie bei uns ausgenutzt haben. Und dann ist das 1 gefahren. Zum Glück haben wir dann einen 2-Toren-Vorsprung recht schnell wieder holen. Und dann haben wir uns die Sicherheit gebracht. Gut, das nächste Spiel, Herr Geram-Vors. Caroline, der bekannter Klub von dir. Was nimmst du schon? Ja, ich freue mich sehr, zu ihr zu spielen. Wir haben sehr gute Kontakte hier mit ihnen. Und ich hoffe auf viel Publikum und gute Stimmung. Und ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich. Merci Caroline, ich freue mich auf dich.